Christoph Stampfer, 40 Jahre alt und komme aus Südtirol in Italien und ich bin Professor am Zweiten Physikalischen Institut. Der Hauptvortragende des Fachs Physik am 108. MNU-Bundeskongresses hier in Aachen. In meinem Vortrag wird es um das immense Potenzial von Smartphones im Unterricht gehen. Insbesondere werde ich eine Reihe von Physikexperimenten vorführen, die mit dem Smartphone gemacht werden können. Diese Experimente können Sie auch selbst machen, zu Hause. Alles, was Sie dazu benötigen, ist unsere App. Sie finden die auf vifox.org.